Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Hand of Fate 2 und Goblins! Nein, es fängt schon wieder sehr gut an. Wahrscheinlich werden sie mir jetzt wieder irgendwas tolles klauen. Ja, und die paar... Knaff, so. Okay, auf zum Goblin-Kampf, ich freu mich. Nicht! Wollen wir gleich mal wieder ein Hustenbäutchen reinhauen für den Hals. Aua! Lasst mich in Ruhe! Könntet ihr das da hinten mal lassen, bitte? Dankeschön. So, einen aber! Komm her! Kommst du mal zurück? Komm! Hier! Her! Oh, der hat mein Schwert! Der hat das Schwert! Oh, es kann nicht sein, dass es... Es ist halt echt schwierig, wenn man sich hier konzentriert, um die zu kriegen. Okay, den haben wir jetzt. Lass mich in Ruhe! Ich muss den erwischen! Wo ist er jetzt schon wieder hin? Okay, den Goblin hauen wir jetzt trotzdem noch die Hucke voll. Und die hauen uns die Hucke voll? Okay, jetzt. Dafür kann ich mich jetzt ein bisschen besser auf den richtigen Kampf hier konzentrieren. Oder auch nichts. Ich habe auf Verteidigung gedrückt, aber es ging nicht durch. Dieses Mal aber. Notenstürmen. Einer ist entkommen. Verdammt! Aber zumindest hat er das Schwert dieses Mal nicht geklaut. So, und du nimmst Folgendes von dem bewusstlosen Goblin. Schwert des Soldaten. Und sofort wacht der Goblin Prust auf und springt auf seine Beine und rennt davon. Kichern verschwindet er im Wald. Goblin lieben Hüte. Okay. Ah, wir haben die Räuber besiegt und Leichen. Okay, Nahrung wäre schön. Natürlich kriegen wir Ausrüstung. Brandhemmer-Erläuterung, würde ich sagen. Zack. Jawoll. Gutes Schild. Und da war man immer so lieb zu den Goblins. Oh, ein bisschen Leben. Kartenzeichner. Jo, nehmen wir. Erklären ihm alles. Kriegen wir ein bisschen Gold. Das ist ja auch schön. Den Kartenzeichner kannten wir ja schon. Sprich habe ich ihn jetzt nicht weiter vergessen. Ähm... So, fortsetzen. Gemischbare Laden. Ausrüstung kaufen. 20 Nahrung über. 10 Nahrung für 30 wäre schön. Ich kaufe mal die 3 für 10 hier. Dann haben wir noch 4 Gold. Und Gesundheit hätte ich auch direkt kaufen können, aber natürlich auch nicht zwingend bezahlbar. So, verlassen. Hopps und hops. Jetzt aber hoch mit uns. Dam, da, 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 da. Mit Borden. Borden trau ich ja. Rowena nicht wirklich. Grindan wäre ja interessant. Aber erst fragen wir noch so ein bisschen. Neuer Hinweis. Und nehmen jetzt den Auftrag mit Grindan. Grindan soll die Burg von Moorhammersee überwachen. Bestimmt alles Moorhühner, die dort die Burg bewachen. Oh mein Gott. Alles Lernrein und zu Schleim und alles beobachten, was sich hinein und hinaus bewegt. Die Dame der Burg steht bei uns in erheblicher Schuld. Du notierst dir den Treffpunkt auf deiner anderen Karte. Okay. Wir haben vier Nahrung. Wissen schon mal, wo wir danach hin müssen? Ah. Goldjorn bekommt in sein Heimatdorf zurück, um an die Mühe der jährlichen Heiligung der Grab Hügel und Ehrung der Nordlinge teilzunehmen. Er lädt dich dazu ein, ihn zu begleiten. Ja, hätten wir einen Segen, würde ich das sogar machen. Aber wir lehnen mal höflich ab. Ich sag mal kurz Danke. Und nachher dann nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank. Später, wenn wir dann durch sind, nochmal danke ich mich sogar nochmal persönlich. Das habe ich gerade im Chat nämlich gesehen. Nein. Du entscheidest dich dafür, deine Segen zu behalten. Ich habe keine Segen. Nein. Ich wusste, dass wir wieder kommen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass sie hier unten kommen, die kleine Diebesbande. Diebesgelder. Ich habe mich auch, ich war jetzt einer, mal so im Chat gefragt, vielleicht wann das Endloss-Spiel freigespielen wird. Oder muss man dafür erst die Kampagne durch? Kann ja auch sein. So, gut. Den haben wir ganz gut hier. Weihren, ihr kleinen Diebe! Dieses Mal kommst du nicht! Gib mein Schild wieder! Der ist aber... Wo ist er denn jetzt? Wo ist er? Da ist er! Du! Kleines! Elendes! Diebisches! Gewindel! So! Puh! Ei, 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 das war... Boah! Das war knapp. Na gut, knapp bitte Goblins nicht. Wir sind aber uns gut geschlagen, würde ich sagen. So. Goblins lieben Hüte. Vielleicht sollten wir uns einen Hut kaufen. Mal gucken, was wir kriegen. Ausrüstung. Ring der Nahrung! Ja! Das ging gut. Du kannst eine beliebige Karte ablegen, die keine Nahrungskarte ist, um zwei Nahrungen zu halten. Also wir rüsten ihn auf jeden Fall aus. Und finden noch zehn Nahrungen! Ohohoho! Wir leben! Wir leben! Dieses Mal haben wir was zuvor. Und sofort wurde meine kleines... Der kleinste Funke Hoffnung, der in mir aufkeimte, niedergeschlagen vom harten Winter. Auf der anderen Seite... Ach ja, hier ist der Bauernhof. Ich bin dieses Mal großzügig. Gott segne euch, kurchter Bauer, als du ihm die Nahrung überreißt. Wir wurden ihm so gesegnet. Da können wir auch was zurückgeben. Dies ist mehr, als jemals von einem Fremdling erwartet hätte. Ich werde von dieser noblen Tat erzählen. Und wenn die Erntezeit kommt, werde ich mich so gut ich kann revanchieren. Okay, der Kartengeber fügt dem Begegnungsdeck eine Karte hinzu. Erntezeit. Okay. Jetzt mal kurz gucken. Inventar. Wo kann ich eigentlich schauen, ob wir Segen... Ne, Segen haben wir aber keine, ne? Wir haben keinen Segen, keinen Fluch. Weißt du, sonst hätten wir vielleicht nochmal da hoch zurückgehen können. Na, dann machen wir hier so. Ah, ein Item, mit dem man mehr Zeit hat, wenn man gegen sie kämpft. Auf jeden Fall schon mal danke für den Hinweis. Mit einem Ruf kündigt Grindam deine Ankunft in der Burg Mohamasean. Du findest ein Fleckchen mit üppigem Gras und riechtest dich für die Nacht ein. Dass er mitten in einer Überwachung steckt, hindert Grindam nicht daran. Ist nicht gut gelaunt und laut zu unterhalten. Wisst ihr, was ich habe... Was... Zunge! Wisst ihr was? Ich habe gehört, dass die Dame drinnen... Dass die Dame da drinnen wird wegen Hochverrats gesucht. Plötzlich zieht er ein Stück Kohle und Papier vor. Hättet ihr gerne ein Autogramm von mir? Ja, von mir aus. Stimmt ja, er ist ja so leicht selbstverliebt und prahlt ja mit seinen Taten, die ja meistens gelogen sind. Du lässt ihn seinen Namen auf ein Stück Papier schreiben. Er drückt es dir liebevoll in die Hände. Er traut mir ein wenig mehr. Die Zeit vergeht, doch niemand betritt oder verlässt die unbedeutende Burg. Na, sowas. Wer seid ihr überhaupt? Grindam holt sich ein Lutschbonbon aus einer Papiertüte. Das ist eine gute Idee. Gringarn, das mache ich auch mal schnell. Steckt es sich in den Mund. Ich habe euch ja noch nie gesehen. So. Bombon für den Hals. Sagen, dass du neu angeworben wurdest. Sagen, dass du der Anführer der Diebesgilde getarnt unterwegs bist. Das würde ihm wahrscheinlich gefallen. Bin der Anführer der Diebesgilde und getarnt unterwegs. Das gefällt ihm wahrscheinlich richtig gut. Weil er steht doch bestimmt auf solche Geschichten, oder? Gringarn zieht die Augenbraue hoch. Wirklich? Was macht ihr hier bei mir? Bei diesem Auftrag? Sagen, dass er eine Routinekontrolle ist. Sagen, dass du da bist, um ihm persönlich zu gratulieren. Oh, wow! Gringarn neigt achtungsvoll den Kopf. Ich kann es kaum glauben. Ich meine, ich dachte mir schon, dass ich ziemlich gut aussehe und noch dazu gute Arbeit leiste. Darf ich euch etwas fragen? Plant ihr wirklich, den Kaiser zu ermorden? Natürlich! Grinder macht große Augen und knüllt seine Bonbon-Tüte zusammen. Aber ich habe gehört, der Kaiser hat Magie, die sein Leben beschützt. Grindern traut dir ein wenig mehr. Das ist ein schönes Spiel. Die Überwachung ist ansonsten recht ereignislos. Die meiste Zeit verbringst du damit, dem Hund beim Schlafen zuzusehen. Bevor sich eure Wege trennen, ergreifst du die Chance, Grindern etwas zu fragen. Das ist mit Bonbon ein bisschen, ich überlege gerade, wo ich sie in der Backe hinklemme, um besser reden zu können. Ah, tolle Frage! Eine Zuckerwatte-Schwan! Kein Zweifel! So, Familie. Wer braucht schon Familie, wo wir doch meine Gefolgsleute so zugetan sind? Grindern sagt, er sei ein berühmter Schauspieler gewesen. Auch schön. Nun, ich war mal ein berühmter Schauspieler. Aber das ist schon eine Weile her. Aha! Hm. Vater Galfrey, ein tattriger Alterner. Ich verstehe gar nichts, wieso er nicht längst durch einen jüngeren, schneiderjähriges Mitglied der Gelder ersetzt worden ist. Er ist weich geworden mit dem Alter. Neulich hat er einen von dem Haufen einfach so gehen lassen, nachdem er einen Auftrag vermasselt hatte. Keinen Daumen abgehakt. Nichts. Gin, okay. Grindern betrachtet kritisch dein Spiegelbild in der Klinge seiner Waffe. Okay. Ah, ich glaube, er würde sich gerne in der Rolle sehen. Das ist, was ein interessanter Aspekt ist. Du fragst mich, wie viel von dem wahr ist. Wahrscheinlich die Hälfte nicht. Und noch mehr. Segen haben wir ja leider nach wie vor keinen. Oh, wie... Warum haben wir keinen Segen? Ich hätte jetzt gerne irgendeinen Segen, um da hier, wie gesagt, das noch mitzunehmen. Ach, wie schade. Gut, gut. Wir betreten die Schenke. Ich hoffe, der Auftrag heute mit Grindern war erfolgreich. Ihr seid nicht an einem Messer am Rücken gestorben. Also gehe ich davon aus. Es wäre wohl gescheit, wenn ihr mir beirichten könntet, was mein Verstricker gesagt hat. Ja, okay. Wem werden wir morgen folgen? Ich würde mal sagen, über dein Goblin-Problem sprechen. Goblins! Aus unserer Gilde verärgert, kratzt er sich am Kinn. Ihre Loyalität der Gilde gegenüber lässt stark zu wünschen übrig. Ja, das finde ich aber auch. Hier nimmt dies. Vielleicht ist das ja der Ring. Goblin-Täuschtung. Angestelle von anderer Ausrüstung oder Gold wird immer dieser Gegenstand gestorben. Ring. Du kannst eine beliebige Anzahl Ringe gleichzeitig tragen. Cool. Dann haben wir also nur ein Teil, was wir wiederholen müssen. Ein komischer Haufen, diese Goblins. Wem werdet ihr morgen folgen? Dann, wir folgen Borden wieder, würde ich sagen. Das könnte schnell gehen. Genau, mit den Lampen. Das heißt, es kostet uns ein bisschen Blut. Noch sind wir fit, da können wir das Blut geben. Treffpunkt ist... Wo ist er denn? Da ist er. Alles klar. So. Hopps. Erkundung der Wildnis. Du kennst die Gegend nicht und weißt nicht, was dich in dieser Wildnis erwartet. So schnell konnte ich jetzt nicht gucken, was gut gewesen wäre. Gefährliche Wildnis. Ja, klar. Ich brauche am Ende gut 50 Gold. Danke für den Hinweis. Wenn wir keine Nahrung kaufen müssen, wird das... Okay, würde ich... Das ist echt ein guter Hinweis, da würde ich auf jeden Fall drauf hinarbeiten. Gucken wir mal. Aber erst mal müssen wir jetzt die paar Jungs da bekämpfen. Und wie gesagt, mein Ziel wäre es ja, alle 19 zusammen zu kriegen, weil ich möchte es ja Gold haben. So, Kollege, stimm mal vor. So, zack, zack, zack. Das hat gesessen. Au, da war die schnell genug. So, jetzt wo muss erstmal den hier. Den Kollegen hier. Zack. So, auf zum Letzten. Ein bisschen haben sie uns getroffen, aber nicht dolle. Hui. Ruckel, ruckel. Okay, gefährliche Wildnis haben wir auf jeden Fall überstanden. Zwei Ruhm. Für Ruhm und Ehre. Eine Ausmachungskarte. Äh, brauchen wir eine bessere Nahrung? Was ist dieser Kartalling? Du hast zwei Nahrung. Ich glaube, die lege ich wirklich ab. Und hole mir lieber die Nahrung. Das ist vielleicht gerade sinnvoller. Und da kriegen wir noch mehr Nahrung. Dann nehmen wir einen leicht langen Weg. Haben wir noch vor uns. Beim letzten Mal starben wir genau hier. Und ob wir es dieses Mal schaffen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Anscheinungszuschauen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020